Hallo, es ist Tag 28, uns geht es spitze. Es ist ein... Ja, der Herr Kahl ist gar nicht da, wahrscheinlich... Es ist ein ganz schönes Fest heute, wir freuen uns sehr, sind sehr aufgeregt, ich bin sehr aufgeregt, alles steht im Zeichen, aber es ist natürlich alles nicht so einfach zu bekommen und deshalb... Das geht doch nicht, entschuldige.